Nein, ich will jetzt mal euch hören. Ich will jetzt euch mal hören. Was habt ihr jetzt vor? Was wollt ihr jetzt sehen? Ich meine, ihr seid nie bei meinen Livestreams dabei, diejenigen, die jetzt dabei sind. Ihr seid nie dabei. Ich schreibe einmal Playstation VR in meinen Titel. Auf einmal sind die da. Epic, wir mögen dich auf einmal. Wir sind deine besten Lieben. Du bist der beste Streamer der Welt. Wir sind dein Lieblingsfans. Ey, was ist denn kein VR, Mann? Leute, ihr kriegt kein VR. Ihr kriegt kein VR. Ihr kriegt Playstation 3. Das ist meine neueste Konsole. Nicht Aido. Nicht die Leute, die immer dabei sind. Es kommen wieder irgendwelche anderen Leute. Leute, habt ihr auf meinem YouTube-Channel gesehen? Habt ihr auf meinem YouTube-Channel gesehen, wie viele Klicks ich hier habe? Es läuft. 1.000 Klicks auf manche Videos. Also langsam läuft es. Langsam. So. Was wollte ich machen? Was habe ich eigentlich drinne? Mal gucken, was Shanks kommt. Alter, ich puste in das Mic rein. Sorry, Leute. Aber es ist irgendwie so... Aber jetzt mal ehrlich, Leute. Auf was wollen wir denn jetzt machen? Was wollten wir denn machen, ne? Was wollen wir eigentlich spielen? Ich überlege gerade. Auf was habt ihr eigentlich Bock? Ich schlag mal was vor. Ich hab keinen Plan. Ich hab jetzt die PS3 an. Ich kann die Xbox anmachen. Xbox One anmachen. Xbox 360 anmachen. PS3 anmachen. PS4 anmachen. PS4 Pro liegt hier auch. Noch verpackt. Aber kann ich auch schnell auspacken, wenn ihr wollt. Was soll ich machen? Mic-Esser. Scheiße, war wirklich zu nah. Suchen wir Frozen. Ey, dann wann geht er ins Krankenhaus? Morgen? Oder übermorgen? Frozen im Krankenhaus. Werde operiert? Ab Donnerstag. Ab morgen. Lass in der Konferenz. So, Leute. Was soll ich machen? Wir haben am Start. Mafia. Wir haben Call of Duty 4. Ich kann ja Call of Duty Remastered schreiben als Clickbait. Im Streamtitel. Wir haben irgend so einen Spec Ops statt Black Ops. Wir haben statt Xbox XCOM. Park Roy 3. Wir haben eine GTA-Verarsche. Nein, GTA. Andere, anderes Universum, aber Saints Row. Battlefield 3. Keiner kennt das Spiel. Prototype. Pflanzen gegen Zombies. Das Spiel. Was war das? Ey, das kommt noch mal zum VR, ne? Leute, ich packe mal gleich so eine Brille aus und tue so, als ob ich VR spielen würde. Meinst du, die Leute glauben das? Das wäre so lustig. Mafia 3. Oha. Unfamous. Mortal Kombat. Apokalypse. Apokalypse. Oh, das ist lustig. Okay, so ein 3D. Ja, Mann. Ich mache 3D an und tue so, ob ich VR spiele. Aber das gibt es wirklich, glaube ich, in VR. Also, die neue Version. Komm mal, ich spiele mal ein bisschen VR. Ja, das ist VR. Ich hole gleich mal eine Brille raus. Aber ich brauche so eine... Warte, was war das? Das ist schon... Nein. Ähm. Ich habe keine Fake-Veuerbrille. Ey, das wäre so lustig, ne? Die Leute ge geiert sind, die hier reinkamen wegen VR, Mann. Wo seid ihr, wenn ich nur Miles streame? Naja, seid ihr wieder nicht. So, was machen wir denn? Wie ihr hört, Leute, habe ich gute Laune. Aber eigentlich habe ich nicht so gute Laune, weil Mediamarkt macht wieder Probleme. Ich weiß auch nicht, warum. Auf einmal sagen sie, sie kriegen doch kein VR. Das ist heute beim Mediamarkt angekommen, aber ich soll meinen Per sofort zeigen. Ich sage so, hä, warum Perso, Mann? Ey, nur, weil ich ein Ausländer bin, weißt du? Vielleicht bin ich ja auch gar kein Ausländer. Äh. Die Hülle vom PS4-Controller. Die kann ich mir nicht dranbinden. Ist das eine Idee, Leute? Ich nehme so eine Winter-Dings-Muss. Mütze. Pack ich mir so auf. Scheiße, ey. Mann. Komm schon, wieso fällt mir gar nichts ein? Wo ist EXS-Einfaller-Mode? Biokassettenhülle nehmen. China-Böder nehmen. PlayStation Vita-Hülle. Karton. Karton. Hier hat es eine Mütze hier. Nein, Mann. Da krieg ich keinen Lust. Das wäre ein bisschen voll. Entschuldigung. Ich nehme meinen Fahrrad-Helm. Ich habe keinen Fahrrad-Helm. Schade. Warum ist das so laut? 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 Laut ist voll laut, oder? Controller-Options, oder? Audio-Options. Hey, sag mal, wenn's in Ordnung ist. So in Ordnung? So. Hello guys. Welcome to my stream. We're going to play some Fireware, Virtual Reality. I just lost my VR-brille, das wurde auf englisch. Tja, das geht jetzt. Englisch-Skills. Ah, ich... Einfach ne Tüte auf mein Kopf! Wie der größte Dulli sei. Ey, das war so lustig, Mann. Ey, ich hol mir so ne scheiß billerte Tüte. Ey, das wird so lustig jetzt. Ey, das war so lustig, Mann. So, Leute, das wird ne Überraschung, ich mach mal kurz facetappen aus. Ernstlich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020